und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen karriere auf meinem kanal heute starten wir die karriere hier in fifa 22 mit dem mod vom slim ontario leider kann ich fifa 23 und EAFC 24 nicht mehr spielen hier auf dem pc ich weiß nicht warum aber entweder dauert es ewig oder das spiel lädt nicht herunter deswegen sind wir hier auf dem pc in der fifa 22 karriere und werden versuchen flamengo auf jeden fall zum top club in südamerika zu machen wenn euch dieses projekt gefällt dann lasst einen daumen nach oben da vergisst den kanal nicht zu abonnieren und dann würde ich starten oder oder da und dann würde ich sagen starten wir rein mit den saison vorbereitungsturnier was ich natürlich erstmal ablehnen werde auch wenn es da top clubs wie tottenham leicester villareal oder auch everton sowie river plate gibt welche es trotzdem ablehnen genau wir sind jetzt hier in dieser karriere angekommen und werden natürlich erstmal ein blick auf die karriere werfen auf die mitteilungen die arres kater möchte ich uns im team begrüßen vor uns liegt viel arbeit dass das transfermarkt ist jetzt offen jugendakademie bericht ist auch verfügbar aber da ist kein wirklich interessanter dabei deswegen werde ich hier alles freigeben ganz klar diese karriere wird einmal wöchentlich erscheinen und wird parallel zur fm karriere zu den karrieren in fifa 23 und eafc 24 laufen so die neuesten ziele sind verpflichtet mindestens drei spieler unter 20 jahren mit einem potenzial das den durchschnitts gesamtwert der aktuellen spieler auf der entsprechenden position überschreitet verpflichtet zwei schlüssel spieler und erziele in derselben saison einen profi von 50 millionen euro und verpflichte einen spieler der nationalität dem verein entspricht ok also einen brasilianer sollen wir verpflichten in diesem fall nachwuchsentwicklung genau das hatten wir uns angeschaut das auch das hatten wir uns auch angeschaut in der liga sollen wir ligameister werden ganz klar das ist das ziel hier und in der südamerikanischen champions league der convole parada torres sollen wir den pokal sieg erringen ok das sind meine ziele die sehr selbstbewusst sind aber die auf jeden fall machbar sind dennis cardoso hat 15 spieler gescoutet die wir uns jetzt mal anschauen werden so im jano martinez schaut sehr interessant aus picares vertrag läuft in zwölf monaten aus wenn wir auch mal halten ruhig wenn wir frei geben mal los auch fernandinho ist zwar billig aber vom alter her viel zu alt schon deswegen empfehlen wir den auch sowie gabriel auch guglian bierro auch preno könnte noch sehr interessant werden hier aber ansonsten noch paulo victor genau so diese vier spieler werde jetzt erstmal scouten scout dennis cardoso möchte sich vorstellen ok das waren die ziele wir werden jetzt wtf senegal gewinnt den fifa world cup heftig wir werden jetzt erstmal einen jugend scout beauftragen scout ist verfügbar und zwar werde ich hier den in brasilien einsetzen über neun monate perfekt so kassier pot scout netzwing netzwerk auf ok wir gucken jetzt in die mannschaft und zwar in die team zentrale gucken wir einmal wen wir hier so haben dennis und ähm diego alves mit ihm werde ich tatsächlich noch mal verlängern geht leider nicht dann nehmen wir das ab ok susa können wir auf die transferliste setzen denn wir haben mit adeba santos einen richtig starken torjuter und man merkt schon vom alter her bauen die schon ab deswegen müssen wir uns um einen neuen torwart kümmern dann haben wir hier philippe luis beendet nach saisonen ist seine karriere aytorn im verein seit 2022 gustavo henrique sverlin an fernabacce dann haben wir en culo wo ich sagen möchte ihn werde ich tatsächlich auf die transferliste setzen neopereira werde ich halten wir haben hier dennis zagadu wir haben hier einfach den axel zagadu den werde ich auf jeden fall behalten santos ist verliehen an uns dula ist verliehen an uns fabrizio bruno ich denke auch ihn können wir auf die transferliste setzen weil mit pablo und david luis sowie rodrigo caio haben wir richtig starke spieler hier die möchten alle nicht verlängern dann haben wir hier farela den ich auf die transferliste pack rodinei um ein jahr immerhin martizinho auch hier maya werde ich behalten pulga ebenfalls everton auch arturo vidal versuche ich mit ihm zu verlängern um ein weiteres jahr skandalspiel aber das ist mir egal gero gomez werde ich auf jeden fall auch nochmal um weitere drei jahre binden ego beendet nachsaison nenne seine karriere everton ribeiro mit ihm kann ich leider auch nicht verlängern bruno henrik auch nicht ablehnen vitinho haben wir hier mein weiteres jahr immerhin marinho auch petro auch gabel barbosa haben wir hier kennen wir aus zeit von inter und lazaro haben wir hier natürlich auch noch den ich allerdings auf die leihliste setzen werde so somit gucken wir jetzt in die transferzentrale und sehen wir haben drei spieler auf die transferliste gesetzt beziehungsweise vier und lazaro auf die leihliste genau so was wir brauchen ist natürlich auch noch einen torwart klar gucken wir uns das mal an wie wir hier so haben vielleicht einen richtig starken keeper jetzt nicht vielleicht ein donnarumma oder ein allison die sind zu heftig wie wäre es wenn wir in die türkei gehen schauen wir uns mal was das super league paar keeper an gibt es aber keinen so interessanten fernando muss leerer könnten wir vielleicht holen hat hat eine gesamtwertung von 80 und einen wert von 800.000 ok ok aber ansonsten war es das gucken wir uns allgemein einfach nur brasilianer an so wen haben wir so vielleicht einen jungen torhüter wie das nicht das ist so unrealistisch fahrer 42 jahre alt niemals werde ich ihn holen louis junior zeigt großes potenzial ok martius mendes zeigt auch beziehungsweise läuft der vertrag aus das 23 jahre alt warum nicht nuberto netto wäre natürlich interessant rafael schon etwas älter aber dann war es das auch schon was dies betrifft sorry jetzt gucken wir natürlich auch mal in die defensive links verteidiger brauchen wir natürlich auch einen richtig guten mann kein alexandro bernardo wäre sehr interessant dann noch ein henrik vielleicht rafael aber ansonsten noch wendell auch einer der etwas besseren brasilianischen links verteidiger und dann einer noch den ich öfters in karriere verpflichte nämlich bernard ruhen bernard vom psg warum nicht neun tage noch wie wärs wenn wir es versuchen neymar zu verpflichten ne probieren wir das einer der besten der welt mit wie viel haben wir zur verfügung 142 millionen ok probieren wir es einfach mal würde ich sagen transferangebot für peto 29 millionen ist 25 jahre alt werde ich aber ablehnen definitiv werde ich ihn nicht verkaufen dann ich bin froh dass sie mich auf die transferliste gesetzt haben susa super wir sind uns einig und varela ist auch froh auf der transferliste gesetzt zu werden ok so genau überspringen und die trainingstage werde ich überspringen so transferangebot für ito ist auch einer unserer besseren spieler den ich auch auf jeden fall mal ablehnen werde jetzt gucken wir uns natürlich die startaufstellung an und wie immer werde ich natürlich auch hier auf zwei stürmer setzen mit zwei stürmer komme ich einfach besser klar nämlich mit petro und barbossa hier werde ich diego hinsetzen wieder elverton ribero dann matthoi senio rodrigo callo und david luis beziehungsweise zagadu wäre auch noch eine ideale lösung und links philippe luis im tor diego alves ok ok so gucken wir uns mal die transferzentrale an teurer technisch haben wir vier hier dann links verteidiger sechs genau neymar könnten wir tatsächlich verpflichten mal gucken so transferangebot für en culo das ist richtig gut von fc turin werde ich natürlich annehmen und die ersten scott abschlussberichte sind reingetrudelt ok so die nächsten scott abschlussberichte und ein leihe angebot für lazaro delegieren leihe über zwei jahre das passt genau dann gucken wir uns mal die links verteidiger an bei natto ist einfach der beste und wird hier unser erster neu zugang 19 millionen ich biete mal 18 millionen das ist ein faires angebot jawohl und nach diesem deal werde ich dann die folge beenden rolle im kader ist wichtig über vier jahre näher möchte zwei jahre dann machen wir drei jahre daraus freigabesumme keine und beim gehalt einigen wir uns auf 115.000 das ist ein faires angebot und damit ist bernard unser erster neu zugang hier bei flamenco sehr schön ok gut dann würde ich sagen wenn euch die heutige folge gefallen hat dann würde ich mich über einen daumen nach oben freuen vergesst den kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin macht es gut haut rein und ciao